Aber zu den Social Media, äh, sorry. Brrrr, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem UP-Klan-Channel. Und ja, wir haben ja gesagt, come back, dies, das. Es kommen immer noch keine Videos, Leute. Das hat die verschiedensten Gründe. Und zwar, ähm, kommen jetzt gerade so immer mehr die alte UP-Family zusammen. Ich saug da so ein bisschen für. Und ja, deshalb mal gucken, was so in der nächsten Zeit geht. Auf jeden Fall wollte ich heute ein paar Dinge sagen. Und zwar suchen wir dringend noch Designer. Also wir machen demnächst auf jeden Fall eine Recruitment-Channel. Könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Das haben wir auch schon, oder hab ich auch schon des Öfteren erwähnt. Und deshalb, die wird, denke ich mal, so nächste Woche kommen. Und da wird die auch wirklich kommen. Ich kündige es jetzt nicht an, sondern da wird die auch wirklich kommen. Da schwöre ich drauf. Und auf jeden Fall. Ansonsten muss ich noch sagen, dass wir jetzt ein eSports-Team in Planung haben. Und natürlich nochmal zu den Designern. Meldet euch einfach mal, wenn ihr Bock habt zu designen. Also wir haben schon ein, zwei Designer jetzt im Clan wieder. Aber es wäre auf jeden Fall richtig nice, wenn sich noch ein paar melden könnten, die einfach Bock haben, mit ein paar anderen hier aus dem Clan ein bisschen was zu designen. Und so, die einfach Spaß daran haben. Und ja, ansonsten könnt ihr euch natürlich auch nochmal bei der Recruitment-Challenge bewerben. Und ansonsten, ja, wir haben ein eSports-Team in Planung, wie schon gesagt. Das Ganze wieder in der UP Rain-Mansion. Und das eSports-Team wird auf jeden Fall auch richtig, richtig nice, denke ich mal. Und da haben wir auch richtig, richtig Bock drauf, alle und das alle hochzuladen. Deshalb meldet euch einfach mal an das eSports-Team. Und ansonsten ist noch zu sagen, dass... Ja, was ist noch zu sagen? Ja, natürlich, ich hätte schon Fuzz vergessen, Mann. Wir haben jetzt auch Twitter am Start. Dazu wird es aber, denke ich mal, noch ein extra Video geben. Auf jeden Fall, erster Link in der Beschreibung ist heute mal Twitter. Wenn ihr Bock habt, dazu followen, followt einfach, weil da wird alles richtig frühzeitig gepostet, wann was hochkommt und sowas alles. Juckt euch wahrscheinlich eh nicht, aber egal. Nein, Spaß, Leute. Heute wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr da mal vorbeischauen werdet. Aber zu den Social Media... Sorry. Zu den Social Media Sachen wird auf jeden Fall nochmal was kommen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin auch schon wieder raus an dieser Stelle. Haut rein, macht's gut. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017